Oh'n Mist. Aber ihr habt ja aggressiven Monster rausgemacht in der Hölle. Nee. Ja, Gott sei Dank. Also ich kann abbauen, was ich will, und die greifen mich nicht an. Ja. Das ist dann Karma. Ach so, du meintest die, äh, Dings. Gast-Gast-Bonus. Es stirbt. Wahrscheinlich haben wir die Blizzes auch aus. Deswegen finde ich auch keine. Dann wird's aber die Items nicht im, im Interface geben. Bist du uns dann eigentlich schon wieder beide Navatoren an? Keine Ahnung. Zauberei. Nee, stimmt gar nicht. Kann man die Blizzfrots nicht irgendwie anders herstellen oder woanders herkriegen? Hm, das wär doch zu einfach. Von Bienen geht's noch. Naja. Äh, äh, äh. Wir werden hier aggressiv. Ich weiß ja nicht, was du hast. Der bestimmt Monster-Antigene. Also ich hab jetzt schon, ähm, Kobalt abgebaut. Keine Reaktion. Bei Mimikry keine Reaktion. Essenz, das, keine Reaktion. Vielleicht, vielleicht brauchen die das grad nicht. Oder die sind, äh, du bist nicht in der Nähe von denen. Die standen neben mir. Okay. Ja. Ganz viel Mimikry gefunden. Du stehst nur unter Beobachtung von denen. Irgendwann greifen sie aus dem Hinterhalt an. Ja. Dann denken die so, nö, wir haben genug Pause gemacht. Ab an die Arbeit. Schnetzel, Schnetzel. Heute gibt's Gast-Sandwich. Ich sag das Schnetzel, Schnetzel. Ja. Das war das Geräusch, wenn man schnetzelt. Ja, ja. Der Server lag gerade so übelst. Ja, ich merk's. Kann nix mehr machen. Ich baue hier gerade, äh, Neverquartz ab und krieg den, den, den Drop da nicht raus aus den Blöcken. Aber ich kann meinen, äh, Rucksack nicht aufmachen. Bei mir baut sich nicht mehr die Welt auf. Ah. Jetzt hat sich gerade wieder alles, was ich hier abgebaut hab, wieder aufgebaut. Aua, sogar der Block. Aua. In dem ich stand. Oder wo ich stand gerade. Ich glaubte... Ah, jetzt reagieren die Zombies bei mir. Ja. Wurde auf Zeit, hä? Jetzt war alles messier. Ah. Danke, boys. Wakey, wakey. Rats and shining. Good morning, everyone. Everyone. Ich wollte uns fragen, wo bleibst du denn? Ja. Die armen Leute. Aber sonst geht's dir noch gut, ja? Wieso? Nur sooo. Die wollte wissen, wo es bleibt. Ja, das ist ja jeden Mittwoch. Das steht halt im Chat, wenn wir schlafen. Dam, dam, dam. Nein. Nein. Ja, ist halt so. Ich dachte, die Mobs hauen dich nicht. Sind die Sachen weg? Ja, weil's gerade so geleckt hat, haben sie ihn nicht gehauen. Er redet auch nicht mehr mit uns. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast den Gast-Desk-Counter um ein erhöht, ist alles gut. Ich weiß schon, was man dazu sagen könnte. Schon das zweite Mal heute. Brother? Was denn? Es gibt keine Blizzes. Es ist unglaublich. Hab ich doch schon gesagt. Ich war doch ab, doch auch die Fischer schon gesucht. Ja, aber ich brauch einen. Einen einzigen. Lackt heute. Ich weiß nicht, ob wir noch eine neue Welt kriegen, wo es dann noch mehr Eis gibt. Wo es noch mehr leckt. Wo es noch mehr leckt. Kann doch nicht sein, dass wir keine Blizzes haben. Das gibt's einfach nicht. Das gibt es nicht. Hey, wie brauchen wir? Für was denn? Ich brauch... Das baue ich jetzt mal nicht ab. Die Query muss bald versetzt werden. Wir sind schon unten auf Bedrock fast. Ähm, ich brauch flüssiges Cryonoplyum. Cryonoplyum? Gelantine-artiges. Warte, ich gucke nach, wie es heißt. Mhh, lecker. Ich brauche ähm... Cryonoplyum. Ich brauche ähm... Gelid... Cryotium. Cryotium. Zum Morgen und zum Abend. Und das mache ich aus Cryonoplyum. Cryonoplyum? Cryonoplyum. 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 Ach du Scheiße. Ich brauche tribal Blizzpulver jetzt. Hier wilh auch keine. Ninnannanananananananaana. Sind wir nicht alle ein bisschen crazy. Bisschen schon, ne? Dezenter. Fynn, ich wollte gerade bei dir eigentlich Fäder rappen. ich hab addit gefunden ich kann es nur nicht mit meiner dia spitzer kappern ich hab einen creeper der auf einer spinne reitet schön oder geil das ist der creeper rider der creeper rider of death halt das war das falsche das darf ich da nicht reinpacken so wir können uns jetzt dann bald über teleport und save your inventory freuen das ist so ätzend hier an dem ding zu stehen ich glaub dir das ich muss ja immer in dem splitter ein gen auswählen das macht das ding ja nicht automatisch so kamen wir bei tab jemanden der das gemacht hat ja das kannst du ja eigentlich nur offscreen machen wenn du da aufnimmst ich fliege die ganze zeit hier durch die welt und suche bliss aber finde auch keiner vielleicht soll ich das auch offscreen machen offscreen ah blaze weiß 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 was ich damit weinen ja offscreen bei alex einfach der groschen nicht fällt doch weiß ich offscreen ich müsste der groschen schon lange gefallen aber ich werde mir keinen blister schieben auch offscreen nicht ich werde ihn jetzt finden es muss auch irgendwo einen geben ist irgendwas schwarz ist das ein enderman das ist ein enderman für ein magma schleim aber es zischt hier eigentlich immer so wie ein creeper ah scheiße exklusives ohr nein 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 meine karte ist aufgenommen und ich konnte nicht mehr wegfliegen und jetzt weiß ich nicht mehr wo ich bin jetzt muss ich zu meinem last test rennen jetzt kann ich nicht mehr fliegen weil ich die ich hab keine gene mehr zum fliegen ne vielleicht kannst du mir eben wieder geben hab keine mehr im moment ach nein warum hast du mir kein blut abgenommen warum hast du dir selbst kein blut abgenommen du kannst doch fliegen oder nicht du hast doch gene nö ich auch nicht mehr ich bin doch auch gestorben geht nix mehr naja dann rennen wir mal zum last test sind ja nur 400 noch was meter was solls ich wollte gerade sagen 400 meter ne die kannst ja wohl laufen ja aber ich wollte danach noch blitz suchen das ist natürlich doof wenn ich die ganze zeit laufen muss vielleicht spawnen die da eher als wenn du fliegst ja ich habe eine gute aufgabe für unseren gast blitzes suchen blitzes suchen genau mach doch mal erst ein zeug da und dann das sind beide portale an what the fuck das mit absicht hm wenn man am gleichen punkt in der hölle rauskommt mhm ach die portale sind doch sowieso kaputt genau ach das kann ich nicht mehr fliegen ist das doof ach ja schlaf hier ein wieso das ist so langweilig aber genetic ist geil ja das mag schon sein aber bis man mal zu was kommt ich habe ja erst vier oder fünf sachen ne ok also ähm weiß ja nicht wenn man das eat grass und so dazu nimmt ne ist denn jetzt schon wieder mein exoskelet halb kaputt gegangen oder was ach ne ich habe nur noch meinen helm geil mein ganzes brot ist auch weg jetzt habe ich hier kein essen mehr in der dimension das ist ja herrlich ist das aber hauptsache ich habe noch ein bisschen Essenztitel gefunden warum man das herkommt ne liegt nichts mehr rum der Rest ist weggesprengt worden ach ist doch Mist kein Grabstein oder wie ne ist alles sag alles so da rum super leeg super super leeg ich mord nimmer kann nicht mehr fliegen hat jemand ne tüte mitleid für den brother ja bitte nein ausverkauf genau wollte ich auch gerade sagen ausverkauft 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 oh ich glaube äh unsere unsere was unsere Festplatten sind so leicht voll oder? und was sind alle rot eine ist orange ja und was sagen die Goldkissen ich will da runter aber ja ich muss in den Shaled Block weg machen aber weg weiß ich was willst du denn da unten? die Goldkissen sind schon lange voll die Dingens voll sind achso die sind schon lange voll dann brauchen wir scheiße ich will das Glas da los werden mach irgend ein Schüsselglas raus was schon im System drin ist wo noch Platz ist wie kann man sich nochmal so ein Buch für neue Dimensionen machen? du musst ein Linkpanel holen ein was? Linkpanel wo ist das drin? hat der sowas? und bleiben können die Güter nicht verdrehen hier ähm im Ink-Mixer im Ink-Mixer? da hab ich nur Ink drin muss ja Papier reintun ja? ja wie viel? ein Blatt ok mach mal lieber zwei du brauchst ja noch ein Buch zurück ja genau wollte ich auch grad sagen hab ich und dann? was mach ich dann? mach mit? Moment die Balsi ist müde 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 schre Global fan